Eines Tages bekommen Sie solch eine Wohnung. One day you will find such a flat. Diese Wohnung ist Ihr Bungalow. Sie sind kein Träumer. This flat is your bungalow. You are not a dreamer. Wie macht man das? How to realize? Miete eine Wohnung im Erdgesund. Hire a flat on the ground floor. Sehr wichtig. Very important. Hire a flat on the ground floor. Miete eine Wohnung im Erdgesund. Und nun. Versuche, alle anderen Wohnungen des Hauses leer zu bekommen. Versuche, alle anderen Wohnungen des Hauses leer zu bekommen. Now, try to get all the other flats in the apartment house empty. Try to get all the other flats in the apartment house empty. Try to get them out. D Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Das könnte auch Ihre Wohnung in Mitleidenschaft tun Don't try it with water or any kind of destruction that could damage your own flat Now? Oh Nehmen wir ein Mietshaus mit sechs Parteien Let's take an apartment house with six tenants One, two, three, four, five, six Machen Sie Tonaufnahmen der Nachbarn Make audio recordings of the neighbor's noise Zweiter Stock rechts Zweiter Stock rechts Number six Number six, there And this is the biggest distance This flat there And you have to get the people out of this flat there Für brauchbare Aufnahmen von Geräuschen, die aus der Wohnung Nummer sechs kommen, braucht man etwas sehr Lautes, was aus dieser Wohnung kommt Bestellen Sie eine Blaskapelle Zur Geburtstagsfeier ihres Nachbarn in der Wohnung Nummer sechs Invite a brass band for the birthday party of your neighbor from number six Und das ist eine Blaskapelle 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020